Ich lade dich jetzt ein zu einer tiefen Meditation, um die Felder von Smarana zu besuchen. Die Felder von Smarana tragen die unendliche tiefe Liebe. Diese tiefe Liebe, welche nur von Gott kommen kann. Es ist diese tiefe Liebe, welche aus dem Zentrum von allem, was ist, zu dir fließt und die Felder von Smarana tragen besondere Kräfte. Sie laden dich ein, darin einzutauchen, dich tragen zu lassen und zu baden. In der Energie, welche immer ist, in der Energie, welche dich nichts fragt, welche immer gibt, welche dich hält und liebt und wenn du bereit bist, dann atme nun das Licht von Smarana ein und dehne dein Herz mit diesem Licht aus. Spüre, wie dabei dein Herz immer größer wird, deine Aura sich ausdehnt und wie der goldene Schimmer von Smarana sich mit den Farben deiner Aura vermischt. Und nun bitte deine inneren Helfer, dass sie dich durch dieses wundervolle Tor der Liebe hindurch tragen, in die Felder von Smarana. Dies geschieht mit einem tiefen Atemzug und es geschieht mit deiner Liebe. Es geschieht mit dem Licht deiner Seele und dem Feuer deines göttlichen Funkens. Und schon befindest du dich an den äußeren Rändern der Smarana-Felder. Fühle die verschiedenen Energien der Liebe, wie sie dich einladen, ein Bad in ihren Energien zu nehmen. Es gibt Felder der Heilung, Felder der Erlösung, Felder des Lichtes. Es gibt Felder des Vertrauens und der Hoffnung. Es gibt Felder der Manifestation und der Visionen. Lasse dich nun von deiner Seele führen. Sie wird dich genau in das Feld tragen, welches du jetzt am meisten benötigst. und sie nehmen noch einmal einen tiefen Atemzug und spüre, wie dich deine inneren Helfer ohne zu zögern genau in das bestimmte Feld von Smarana bringen, welches dir jetzt Unterstützung geben wird. Und so fühlst du die Energie, fühlst tiefe Liebe und fühlst genau das, was jetzt für dich vorgesehen ist. Nimm dir ein wenig Zeit und genieße das, was gerade geschieht, denn es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Genieße die Nähe Gottes, genieße das Sein, das Sein in der Wirklichkeit. Denn alles geschieht, so wie es geschehen wird, so wie es vorgesehen ist. Und so liegst du in einer großen Kugel der Smarana Energie in deinem Feld der Wahl. Du wirst beschallt von den Energien, welche dich heilen und tragen, welche dich neu ausrichten und dir zeigen, dass du niemals allein bist. Welche dir zeigen, dass Gottes Nähe, dieses helle Licht immer bei dir ist. So tragen dich die Töne, die himmlischen Töne in einen schwebenden Zustand. Du fühlst deinen Körper schon lange nicht mehr. Du bist vollkommen von der Smarana Liebe getragen. Du bist vollkommen von der Smarana 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und so verweben sich die Energien der großen, unendlichen Liebe mit deiner göttlichen Flamme. Sie dehnen deinen Funken aus und du spürst noch einmal mehr deine Zugehörigkeit. Die Felder von Smarana, sie laden dich ein, so oft du möchtest, hierher zu kommen, zu entspannen und das zu genießen und das zu genießen, was du hier finden kannst. Lasse dich überraschen und sei neugierig, denn die Felder von Smarana sind unendlich in ihrer Vielfalt und sie sind grenzenlos, voller vollkommener Liebe für dich. Und dann nach einer Weile bringen dich deine inneren Helfer sanft und sicher. Wieder in das Hier und Jetzt zurück. Du trägst sehr viel neue Energie, neue Smarana Energie in dir. Wurdest vollkommen neu ausgerichtet, bist energetisch gestärkt und emotional stabil. Und so komme in deiner Geschwindigkeit, so wie es sich gut und richtig anfühlt, wieder im Hier und Jetzt an. Bewege deine Hände und Füße und wisse, dass du in deinen Räumen dich jetzt befindest. Bist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020